Ja, jetzt kommen wir endlich an die Splatter-Ergebnisse, weil letztes Mal hat der Kampfer gesagt, so im Simon Run, dass die Splatter-Ergebnisse kam, obwohl es die Splatter-Ergebnisse ankündigte. Ja, was für ein Trottel der ist. Ja, genau, ja. Gut, ja, ich weiß leider schon die Ergebnisse, äh, und die kommen sowieso eine Woche jetzt wieder zu spät, äh, tut mir sehr leid, aber ich weiß leider schon die Ergebnisse, und, ja. Aber wenn ihr es noch nicht wisst, dann, äh, ja. So, ähm, ja, wir haben mit ungefähr 13% mehr geschlagen. Weiß nicht. Wohl, was laber ich da? Was für 13%? 23%! Oh Mann! Ey, ich kann einfach, ich kann aber, äh, nichts lesen oder so. Was zu lesen? Ich kann einfach keine Mathe. 17%. Ich bin, ich bin dumm. Ich bin dumm, Leute, ähm, ich, ich, ich kann eigentlich Mathe, aber, äh, kopfrechnen kann ich absolut nicht, also, das geht bei mir nicht. So. Das ist aber ein bisschen interessant, weil da, ähm, war es auch sehr knapp, da war es eigentlich ein deutlich beim beliebtesten. Aber da war es echt knapp. 3-0 geschlagen. Krass, ey. Und das war eigentlich recht knapp. Ich habe bei Profikämpfen kaum mitgemacht, auch wieder, äh, Standardkämpfe gemacht. Joa. War sehr knapp. Also, knapper geht's nicht. Und damit hat Team Raum 3-0 gewonnen. Was ich aber noch nicht weiß, ist, was sie da sagen. Also, ja. Team Raum entscheidet das Splendfest für sich. Was? Nein. Das ist eindeutig die dunkelste aller Zeitlinien. Gut gemacht, Team. Gut gemacht, Team Raum. Ich bin so stolz auf euch. Reist du jetzt in der Zeit zurück und wechselst die Seiten? Nein, ich bin stolz auf Team Zeit. Und ich werde meine aufkeimenden Zeitreisenfähigkeit nicht aufgeben. Ich muss nur noch etwas üben. Ah, ich habe was gespürt. Äh, ja. Schau mal, die Ohren, ähm, ist noch eine Minute später. Oh, Mann, ey. Oder so, keine Ahnung. Ja, Mann. Perla macht sich komplett zum Narren. Behänden wir einfach das Ganze. Und dann können wir leider unsere glorreiche Raum-Fan, weil ich das nicht mehr geschafft habe am Wochenende, bis ich das komplett vergessen habe, weil ich nur Smash gezockt habe. Das Blattfest kommt nicht vergessen, aber am Sonntag, Samstag habe ich natürlich durchgesuchtet oder andersherum, keine Ahnung. An irgendeinem Tag habe ich vergessen, dass es Blattfest war. Wir haben schon 89 Superwunscheln, also läuft. Das Blattfest ist zwar 100, aber der löst sich aber auch nicht ein. Okay. Aber apropos Splatoon und so, wir kämpfen gegen die im Privatkampf. Let's go. Ah, da ist es auch sogar. Hi. Wummi. Let's go. Willkommen zurück. Ist nicht über Discord halt. Ja, Leute, oh mein Gott, was geht hier ab? Ja, meinerseits auch willkommen hier in meiner Aufnahme. Auge machen, Privatkampf, Kill Battle und ja, wird chaotisch hier. Ich war leider nicht aufgewärmt, deswegen, ja. Auge spielen, gerade, ich bin maximal im Team und kämpfen gegen Splatter und Mats CSD. Und ich hoffe, wir rasieren. Aber ich muss auch passen, ne, Mats ist heute richtig krass drauf. Ich hab gerade schon eine Trainingsrunde gegenüber. Ja, der ist auch gut ins Splatoon, der ist genauso gut wie ich. Nur ich bin da nicht aufgewärmt und der schon, deswegen ist er besser als ich gerade. Ich baue immer zwei, drei Runden zum Aufwärmen, deswegen. Und er spielt immer mit diesem Duolplätscher. Duolplätscher kann ich auch gut spielen, aber ich wollte hier jetzt nicht direkt am Anfang nehmen. Ich will sie nicht mal am Ende sehen. Alles, Leute, was geht's? Was geht? Ich bin der Einzige, der von der ganz andere Wache ist. Ah, das ist das, das zählst du, okay. Okay. Ich krieg ihn noch. Natürlich keine Tinte, natürlich und zwei Leute greifen mich an. Oh mein Gott. Ich hatte sowieso keine Chance, gerade weil er meine Tinte leer war. Ah fuck, das war artig. Was soll ich gerade machen? Ich bin voll auf Mark ab ausgelegt. Ja, ich auch. Komm ja, komm, komm. Jawohl. Komm, 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 du bist low. Jawohl. Double kill. Mach los. Alter, komm, du hast das Zeug ja mal wieder richtig auf mich abgesehen. Kann das? Nein, ich gehe mal beide. Oh Gott. Das macht was knapp, krass. Komm, 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 komm. Oh, ich habe ihn noch bekommen. Oh mein Gott, Alter. Am Anfang habe ich komplett, komplett verkackt, aber, ja. Ey, ich gehe mit maximal niemals zu den Lager. Oh, doch, das ist gut. Ja, das ist die beste Lösung, wenn man nicht weiter weiß. Oh, das ist so. Okay, wir klären das mit einer runde Schere-Stein-Papier. Ich hoffe, man hat einen Paket jetzt gemacht, ansonsten. Oh, fünf Kills, nice. Yay, vier Kills. Nächste Runde. So, nächste Runde. Jetzt bin ich mit maximalem Team. Und wir rasieren den Koch nicht ein bisschen mal. Äh, was für Städte hättest du denn Gernsplatter? Ich rasiere gerne. Ja, sehr gut. Die Haare, oder was? Jetzt ist er das Haare rasieren. Nein, ich weiß die Haare. Aber vielleicht hat er auch keine. Das kann ja auch sein. Dann gibt es leider nichts zum Rasieren. So. Auch da. Nein, keine Tinte. Scheiße, ich hatte keine Tinte. Ja. Ja, das ist mein einziges Problem, ey. Es ist besser ein bisschen auf die Karte gucken, ne? Ich hab nicht mal eine Granate oder so geworfen und hab trotzdem keine Tinte mehr. Komisch. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Maximal. Ach, Mann, der hat ja nicht das weh. Oh, das Blätter. Daumen. Ah, was geht ab? So, hier. Wenn du nicht zu mir kommen willst, dann gebe ich dir den Regenschauer. Ja. Ja, aber wenn man keine Tinte mehr hat, dann... Ah, dich, dich. Ach, CSD. Ah. Ist ja jetzt hier. Nein, warum kriege ich ihn nicht? Jawohl. Nein. Ist er das oben, oder? Oh, der steht doch locker wieder da oben. Das Geile ist so, man sieht es dann von... Oh mein Gott, Maximal habe ich jetzt komplett übersehen. Man sieht es jetzt zur... Das Blättert und ich nehme ja gleichzeitig auf. Und dann, man sieht es dann halt in unterschiedlichen Blickwinkeln. Und nicht immer von mir. Klar, ich habe auch einmal mit Chrissy auch aufgenommen, gleichzeitig. Auch interessant. Aber er hat die noch nicht hochgeladen, das Video. Und daher. Weiß ich auch nicht überhaupt, ob das hochgeladet oder als Bestop halt benutzt. Wie kann er mich jedes Mal finden? Tja, das ist einfach der Profi, ne? Oh nein, 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 Alter, zwei noch! Nein! Vor allem, vor allem, vor allem macht es die... Ich log einfach alle zum Maxi-Stee und er killt die einfach. Geil, heute, geil. Siehst du so wohl an? Tja, hat leider nicht mehr gereicht. Von der Zeit her. Oh, viel Kills. Geil. Na, na, schon wieder. Jetzt mit dem chaotischen Park. Chaotischer Park habe ich verstanden. Guck mal, chaotischer Piraten. Achso. Na gut, ich bin ja nicht so chaotisch, aber... Wissen chaotisch bin ich schon. Könnte tatsächlich besser sein. Ich bin kein großer Pänniskor. Jetzt haben wir alle Teams durch. Och nee, nicht der Bannenshopper. Oh nee, nicht der schon wieder. Ich bin herzlich so sehr. Komm her, danke. Alter, ich habe so heftig Haupt... Hauptwaffe Plus drauf, ey. Dass ich einfach so zwei, drei Hits brauche und fertig, ey. Aber komplett daneben. Ach, komm! Oh nein, Bannenshopper! Kliesskirchen! Nein! Ja, komm doch her! Nein, der Bannenshopper stinkt. Ach, nicht zu mir. Ach, was stinkt denn der? Der kann doch gar nicht stinken. Der ist doch gewaschen. Das ist doch eine Banne! Nein, nicht doch! Oh mein Gott! Komm her, komm her, komm her! Nein! Oh, noch gereicht! Oh mein Gott, das hat noch gereicht! Oh! GG macht CCA. Der ist echt gut. Splatoon halt. In Smash nicht so, aber in Splatoon ist er echt gut. Naja, Smash ist mehr meine Sache. Da sind wir alle nicht so gut, außer Maximal HD, aber na gut. Ach, komm her! Ach, hab die noch erwischt. Oh, wenn ich die nicht erwischt hätte, hätte es besser dich irgendwie auch noch erwischt. Nein, kein Bannenshopper! Der war doch nicht mal da, oder? Doch, der hat die Schwammraketen geschickt. Ach so, ey! Jawoll! Ich wusste es, ey. Alter! Ach, der Bannenshopper! Warum? Ich glaube, er hat sich nur gewählt, weil jetzt ziemlich viele Wände zum Abtreiben sind. Max, der Bannenshopper ist zukünftig verboten. Hohoho! Das ist eine Ansage. Ach du Kacke! Schon wieder! Woohoo! Mann, ich hab... Ich kann ja einfach nicht schwimmen, was ist das? Ich hab' immer alle Waffen für Maximal HD sind verboten. Alter, bin ich heute wieder scheiße, ey. Kacke, ich brauch dich! Ich bin tot! Tut mir leid. Hab' ich gern gemacht. Nicht. Der hat schon mal so OP! Der ist nicht, ist nicht, was soll ich denn machen? Ich erfüll den Mann schon mal weg! Hab' den! Woohoo! Ich hab' den nicht, was soll ich denn dagegen machen? Einfach sterben, das ist die beste Lösung. Man kann nicht entkommen, es ist unmöglich. Doch, einfach sterben, das ist die Lösung. Das ist die Erlösung, ey. Da bist du erlöst. Jawoll. Nee, das ist so erwischt. Lägerliche Scheiße, die hier schon wieder passiert. Komm, komm. Woohoo! Das ist so eigentlich nicht. Aber du nimmst dieses Video als Spaß, also... Ist mir egal, ob ich verliere oder gewinne. Ich will noch ein bisschen Abwechslung. Anstatt so ernst zu spielen nochmal. Ja, ich mach mal die lächerlichste Scheiße und die lächerlichste Art, Splatoon 2 zu spielen. Bist du mir gleich, aber es ist so. Ja, ich hab' ja Kills, was ist egal. Neun Kills. Super. Nächste Runde. So, so rein, Trinne. So, dann wirst du noch ne Runde machen, oder ist es für dich auch die Letzte? Ja, die hier, die mach' ich noch. Ja, ja, ich auch. Danach? Ja, jetzt auch. Dann kann so Chrissy von, äh, unterschiedlichen Qualitäten einfach so nehmen. Also ich könnte ja den 3R-Shopper so richtig auch ausnehmen. Ich hab' keinen Fall. Mach dir den so. Ach, den, den wollte ich eigentlich auch nehmen, den 3R-Shopper. Aber, dachte mir so, ne. Nehmen wir mal ein kleines Bier, also, weil es auch einer meiner, äh, Waffen ist. Pizza Service! Oh, das ist traurig. Es ist richtig traurig. Ja, ich bin heute gechillt drauf. Ich hab' keinen Bock auszurasten. Ich kann so aussuchen, will ich ausrasten oder nicht. Alles klar. Aber ihr lassen mir ja keine Wahl. Ey, der wirft zwei Instabomben auf mich und ich bin direkt tot. Alles klar. Wie kann das denn so sein? Aber dort, man braucht dort immer zwei, drei Instabomben, ey. Jetzt hab' ich die, aber... Ja, mach's mal. Ja, im Nahkampf hab' ich auch absolut keine Chance gegen den 3R-Shopper. Was soll ich da machen? Aieieieiei! Ja, komm, komm, komm. Jawohl, ich hab' ihn nicht. Aber nur maximal. Scheiße. Hä, was soll man denn, was soll man da machen, ey? Der wirft zwei Instabomben, der macht zwei Schläge, ich kann nichts machen. Es geht nicht mit einem Nahkampf. Ich kann gegen Max C.S.T. gar nichts machen jetzt. Also in diesem Kampf kann ich ihn gar nicht killen, denk' ich mal. Ne, unmöglich. Man kann Max C.S.T. nicht killen, ey, wenn er 3R-Shopper hat. Oder beziehungsweise wenn ich einen Nahkampf habe. Das geht nicht. Ich bin jetzt maximal, tut mir leid, aber ich muss auf dich gehen, weil... Ich kann nicht auf Max C.S.T. gehen, das geht nicht. Ja, auf wen soll ich denn sonst gehen? Typisch. Und wenn ihn der Spawn kämpft, dann haben wir auch keine Chance, irgendwie... ...euch zu killen. Ja, wie er von der Seite kommt. Ja, was soll ich machen, ey? Wenn du den ganzen Tag hier kämpfst, da. Ich komm hier nicht weg. Wir kommen nicht hin. Hier, hör doch mal, wie dein Scheiß ist da rum. Ich spiele niemals mit Max, ähm, mit Max, äh... Warte, ja. Alter, wie viel Schaden macht der mir bitte? Ja, natürlich kämpft er da. Alter! Ich hab' mir voll die Chance, haben wir voll die Chance, haben wir voll die Chance, äh, ist so unnerven. Ich hab' ein Kill gemacht. Und das war mein Maximal. Wenn nicht. Oder zwei Kills, ich denk' aber, ich hab' nur einen. Ja, ich hab' auch nur einen. Ja, ich hab' ein Kill, ja. Ja. Das hat null Kills. Gut, für mich war's das für meine Aufnahme, das ist für dich auch, oder was? Ja, bei mir war's das auch da. Gut, ähm, da mach' ich die Abwarnation, ähm, ja, wenn es dir gefallen hat, äh... Ach, egal. Äh, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, ähm... Abonniert Splatter, abonniert Maximal.de und, ähm, Christi, äh, der ist nicht dabei, deswegen abonniert ihn nicht. Äh, äh, ja, bis dann und, äh, tschau. Ja, auch, tschau' wir zum nächsten Mal bei Splatoon 2 in Folge 300 und der Mann, der Mann, der Mann, der Mann, der Mann, der Mann, tschau. Oh, Mann.